Und damit herzlich willkommen zurück. So, jetzt doppelt hält besser, weil ich dachte, ich bin abgerutscht. Herzlich willkommen zurück bei Kaffee-Becher-LPs, Let's Play, Leferdead 2. Das war aber auch eine beschissene Begrüßung gerade wieder von mir. Das ist aber vollkommen egal, denn die Begrüßung muss ja deinem Spielstil entsprechen, ne? So, könnte ich jetzt bitte nochmal von euch irgendwie eine Antwort bekommen, warum das hier oben gerade eine schlechte Idee ist, wenn Zombies nur von bestimmten Öffnungen kommen können, an denen sich jeder eine hinstellen kann. Die kommen einfach so von überall. Aber versuchen wir das ruhig mal. Aber sie kommen doch sowieso nur da hoch, wo kein Stacheldraht und diese Säcke nicht sind, oder was? Das wäre zumindest für die Horden, das wäre das doch hier einfacher, wenn sich jeder aufhört. Da hast du eigentlich auch recht, dafür ist es ja eigentlich auch da, deswegen haben die es ja so süßig gemacht da. Nur für den Monat ist es scheiße. Also man kann eigentlich sagen, wir laufen schon seit fünf Minuten hier rum und diskutieren, wo wir uns verschanzen sollen. Das wollten wir euch ersparen. Guck mal, da hat ein Lichtbrand, äh, Licht in Kanister, dann können wir auch, weißt du, was ich finde, eine Tankwunder kommt für sich. Und ich habe in der Zwischenzeit hier so eine schöne Keule gefunden. Alle Keule, du. Ja, keul dir doch mal ein. Ha, 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 ha. Ach, Nikolai. Toll, das muss jetzt wieder rauschen. Das musst du gar nicht. Welche, hallo, du musst sowieso FSK 18 hier setzen, weil das hier Left 4 Dead ist mit Zombies blüten und allem. Das gucken sich keine Kiddies an. Zombies blüten und allem. Wir reden hier, wir reden hier gerade, also, ähm, das ist, also, wenn sie nicht 18 sind, können sie doch hier auf dem Video gar nicht sehen. Äh, äh. Das ist das, was du glaubst. Du glaubst aber. In einer kleinen, rosigen Welt. Ey, die sind Sarkasmus. Das ist einfach gerade saglos. Das ist mein Sarkasmus einfach nicht checkt, das finde ich echt schade. Wir checken schon, aber ich wollte nicht aufgeraschen. Natürlich. Wollt ihr anmachen? Das ist viel schlimmer. Ja, mach an. Wir versuchen sie euch einfach mal an. Ich bin schon aufgefallen, dass man hier keine, dass, dass, dass man keine Beine hat, weil es verdäht. Was? Was? Du hast keine Beine selbst, wenn du runterkommst. Ja. Natürlich nicht, hast du nie. Fast nie. Fast nie. Fast nie. Hilfe nacht. Ich kann hier stehen. Zum Beispiel. Und dann kommen die alle von hier und dann. Hilfe nacht, ich denk das Ding. Dann hat er hier auch. Achtung! Aussterbenen. Jetzt wird's böse. Tschüss und dann wieder bekommt nix. Ich habe im Schleifer nicht so runtergesprungen. Das bin der Yoke. Klappt super. Das klappt überhaupt nicht. es hält doch keine nütze bei donkswörter und noch einer jetzt hier donk 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 ich wusste dass das noch keine Zunge da war alle zum Körner und der Rundsprecher auch darauf oben ich habe es weiter kann gut sein dass er wieder runtergegangen ist aber das ist da gar nicht mehr auf der Dauberin letzte Folge ich bin hier alle gerade boink 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 hier wieso brennt die? Brand Munition muss ich Angst davor haben du nicht Tank Tank komm von wo kommt der Tank Brand Munition setzt leider nicht dauerhaft in Brand aber nicht da vorne gerade ist doch da ist er komm her du Ficker Aua da komm hier oben und er brennt wo ist er? wo ist er? er ist doch schon unten oder nicht? er ist doch schon unten oder nicht? ah nicht kümmer nein ich bin zu langsam Aua und ja hat mich selber heilen und dann ruhig vorbei hoch und das bin ich aber viel zu langsam nein scheiße mich hat lauter quetscht krass wo ist der erste herrlich herrscht dauerst 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 komm hoch ja kein problem gerne nein nicht mein guru war ich mein tore während ein bisschen im guten verhalten was ist da hinten ist noch ein kanister muss ich starte neu ok eine rohbombe werfen für den damit das oder noch nicht noch nicht noch nicht werfen danke dass ich noch nicht die starte von hinten kann ich bin dann ist da hab ich weiß nicht ob die kann ist ja wohin noch nicht kann ich jetzt der kanister da liegt direkt unter der die kommt von links von also das ist ja meine lieblings nahe war für jene der baseball schweger oder das katana das auch nicht fall doch einfach runter ja hab ich ja schon zwei mal das auto ist fast unten zweiter tank wo dahinten oh pass auf dieses wo ist er oh nein ja super ja sehr gut kommt er nach oben ja ja das auto ist auch fast unten wer ist unten bei mir läuft zu mir war leid warte ich geh schnell in die halle und verarzt mich pass auf wir haben einen Stern 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 ein Minter Tank so ist er äh geht er daun ne jetzt geht er jetzt ne übrigens hast du Autos ab hinten ist auf Aua ich hab nen Jockey im Kopf geh auf sehr schön ab ins Auto alle ab ins Auto oh mein Gott ich bin drin ich hab mich so richtig gedeckt gepackt aber ich bin drin oh wie ist das Auto rein 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 das ist überhaupt nicht aus einem bestimmten Film ab äh ab diesmal Auto Verluste ja und wir haben nur zweimal gebraucht und nicht sieben cept so eine Stunde zwanzig die Fibrillоров Nix mit der Bandszeug, ne? Würde ich mal sagen? Nagabkills. Ja, nagabkills. Mit dem hab ich doch Erfolg gekriegt. Ja, mit einem. Getötete Schmöker. Ich frag mich gerade, was ich gemacht hab. Gar nicht. Du warst mit dem ganzen APK-Sinfoniert und so ne Kram. Und hab die ganze Zeit aus dem Auge gekriegt. Ja. Na, Max, aber hast ein paar mehr als ich. Ein paar Infizierte. Hat am wenigsten... Ach so, getroffen. Hat am meisten Verbündete wiederbelebt. Am meisten Verbündete geschützt. Ja. Genau, ich kann auch mal entstanden. Wenn ich da bin, dann bin ich richtig da. 1900. 18 Summys. Das Problem ist ja... Als er in der Aktiv-Wagen computergesteuert war, dann hat er Computerfliegen geschossen. Deswegen ist er auch so gut. Ja, genau, das muss es gewesen sein. Haben wir den als Computer nicht kaputt gemacht auch? Getötet? War das nicht so? Wollten wir, aber... Nein. Nicht. Okay, schade. Das kann man alles in der Aufnahme sehen. Ähm, ja, es war eine kurze Aufnahme jetzt. Zehn Minuten. Tja. Ähm, das passiert ja mal, ne? Wir können ja auch mal was labern oder so. Weil... Ich meine, wir können ja mal... Nikolaj möchte jetzt was labern. Buchclub aufmachen und dann müssen alle Leute, die daran interessieren, müssen das Lesen und reden darüber, wenn wir noch Zeit haben. Okay. Oder die Leute mit dem Dialekt, die sollen sich melden bei mir. Ich möchte unbedingt Let's Play mit dir machen. Oh, Mel, doch, aus dem... Doch, der kriegst du bestimmt ein Progest. Ich weiß nicht. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, sowieso nur die ganze Lachen, kunst gar nicht spielen. Weg, doch, aber es ist nicht so. Ja. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Schau, das ist ja wieder ein, wenn es heißt, Leopard 2, mit KVLP. Wir sind raus. Bis nächste Mal. Ruppel Dönes, genau, 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 alles klar. Tschüss, ciao.